Oh, okay. Interesting. Self-Nerf und Ormond. Na ja, gut, dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen aufs Maul kriegen. Ormond und ich, wir sind einfach keine Freunde. Das ist nicht meine Karte, aber hey, ist in Ordnung. Schauen wir mal, wie die Survivor sind heute. Okay, dann sind sie wo gestartet? Da bin ich zu nah dran. Da hinten. Nicht Richtung Killer-Check, würde ich sagen. Ja, müsste eigentlich hinten da irgendwo sein. Ja, da bin ich da. Bingo. Hi. Bye. Ich bringe sie kurz hier rüber. Die müsste in die Richtung weg sein. Zwei waren hier, dann sind zwei auf der anderen Seite. Oh, schneller Anhuck. Cool. Ohne Nummer. Block für BT. Oder auch nicht. Das bestrafe ich. BS. Nein. Nein. Ist mir egal. Schlechter Anhuck. Dwight ist ins Main. Okay, dann mache ich hier mal eben die Tür auf. Und irgendwer war gerade, glaube ich, auch noch in einer Kiste. Er ist hier. Ah, er ist draußen. Palette. Hä? Das dürftest du gar nicht haben. Ach so, ne. Stimmt. Ja, ich bin nicht Venom. Sorry. Sorry. Ich bin nicht auf Venom. Ja, ist in Ordnung, Bruder. Ist in Ordnung, Bruder. Ist in Ordnung, Bruder. Die sind erstens super schlecht und zweitens sind die super schlecht. Ich gehe kurz hier durch. Plödet ist irgendwo da hinten hingerannt. Der da ist angegangen. Die sind irgendwo hier. Bingo. Haben sich von hier weg bewegt, dann kicken wir den mal dry. Mh-hmm. Macht Sinn. Wir gehen Richtung Main. Und verlagern die Chase. Habe ich nur noch eine Seite. Aufladen. Weil, ne. Wir wollen ja gucken. Ich komme von hier. Oh! Oh! Trei. Ds. Ja, perfekt. Und ne Gottpalette weg. Sehr schön. Oh! Okay. Chloe, die ist hier. Cool, danke. Ah, da war ich zu früh. Da war ich zu optimistisch dran. Aber ich habe den... Ah, perfekt. Wir gehen da hin. Wir stören hier und da. Zwei hotte Gents. Die geht in die Richtung weg, geht klar. Die wilderen Gents wären aber die besseren Gents, weil die näher aneinander sind in der Spread. Ich check eben was. Hi. man weiß jetzt nicht ob die kurze afk gehen muss oder so den hat noch keiner angefasst das ist ein interesting ich gebe den ganz da hinten auf irgendwo hier es ist wer hier er ist zu hot den hat wer angefasst er ist so hot gerade ich finde das ist interessant Wir haben das Spielfeld kleiner gemacht. Es sind die vier Gents. Das ist gut. Ich gehe wieder zu den zwei Hotten. Bingo. Cluedet. Ach ne, ist nicht Cluedet. Das ist Cluedet. Baby. Mach's mir doch nicht so easy. Mach's mir doch nicht so easy, bitte. Ein bisschen way too fucking easy, bitch. So ein bisschen anstrengend dürfte euch. Da hinter. Ich spreche die noch schnell. Da ist wer. Okay, ne, das sah so aus. Ich dachte, da wäre wir ja lang gelaufen gerade. Da habe ich Füße, oder? Ja. Das ist der Dwight. Egal. Warte mal. Ich muss wissen, wo die anderen beiden sind. Ich weiß, wo Dwight ist. Wo sind die anderen beiden? Erst wenn ich weiß, wo die anderen beiden sind, kann ich zu irgendjemandem kommitten. Aber die müssten eigentlich hinten hier rumspringen. Bingo. Das machen wir mit dem M1. Zwei da sind... Ich weiß nicht, ob das ihre Kratzer sind. Ich kriege den eben kurz. Jetzt nehme ich sie auf. Oh. Den hat noch keiner angetatscht weiter. Okay. Interesting. Dann gehen wir hier rüber. Und checken hier ab. Da war wer hinten ganz weit weg. Das interessiert mich erstmal nicht. Ich camp sie... Da ist die andere. Die ist hier. White ist more interesting. Okay. Das war von mir schlecht. Das war schon anders krass. Dead Hard. Gott bist du schlecht. Ah, der ist noch geschickt. Sehr schön. Da laupt... Ich glaube, die Fahrtwerke laufen. Richtung Anhuck. Ja, nee. Da hinten ist ein Jen geproppt. Das ist in Ordnung. Mid-Jen war nicht hot. Das sind die beiden, die sind hot. Ich packe ihn jetzt raus. Ihn nehme ich jetzt so raus. Ich bleibe jetzt hier. Ich habe da immer noch die zwei hotten Gents. Es kann nur der Mid-Jen angegriffen werden. Er geht jetzt raus. Ich kriege noch einen dritten Kill. Und dann war es das. Da oben, habe ich gesehen. Läuft... Sind da oben lang gelaufen. Sind da hinten rum. Ich will nur ihn hier raus haben. Mister... Ich... Ich hucke direkt beim Killer ab. Perfekt. Und Tschüss. Beide sitzen da an dem Jen. Alles andere macht keinen Sinn. Ich weiß, dass hier wer war. Perfekt. Der ist... Der ist komplett regressed. Sehr gut. Das ist keine so schlechte 3-Gen hier. Kann ich mit arbeiten. Wir spielen ein bisschen Verstecki-Stecki. Das Verstecki-Stecki-Spielen geht los. Ist schon in Ordnung. Der ist gleich komplett regressed. Der ist komplett regressed. Und der hier ist auch gleich weg. Ich habe eine schöne 3-Gen, die ich abpatrouillieren kann. Und das, obwohl die Survivor sogar alle fucking Vorteile hatten, die sie haben konnten. Hier war gerade wieder wer dran. Gehen wir mal nach oben gucken. Hier auch. Das ist jemand hier. Also eine ist hier, versteckt sich. Und die andere ist an der anderen Dings und versteckt sich irgendwo. Machen wir. Komme ich wieder da rüber. Ja, ja. Verstecki-Stecki ist schon effektiv. Der ist komplett aus. Sehr schön. Früher oder später zeigen sie sich. Das ist so simpel. Das ist jetzt einfach nur die Sache. Geduld. Ei, Nia. Na Mädchen? Halt mal. Ach, ich habe heute aber auch wieder einen Aim-Bot gesoffen. Nein. Ich habe sie hier oben gesehen. Na? Wo ist die hin? Wo ist die so schnell hin? Da? Da? Hä? GG. GG. Hatch Closed. Da 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 da. Ein starker Anfang. Das war ein starker Anfang für heute. Direkt schon wieder eine 4K-Runde. Und das Perkless. Ohne Perks und ohne Add-ons. Nett, nett. Was hatten sie denn dabei? Ein DS. Ja, aber zum Glück nicht Meta. Das war jetzt nicht Meta, die Truppe. Haben sich auch schön selbst genervt. Ich denke mal, es war eine Random-Truppe. Obwohl, die haben Ormond getroppt. Das war jetzt.